Schön, Türke spricht fließend Deutsch, lebt aber in Paris. In der Türkei ist er ein mega, mega Fernsehstar, er moderiert dort die türkische Ausgabe von Jeopardy, aber, und jetzt kommen wir ins Spiel, weil es ist gut für den ZDF-Fernsehgarten, er unternimmt auch immer wieder sehr, sehr erfolgreiche Ausflüge in die Musik. Mit diesem in Französisch gesungenen Hit war Platz 1 der deutschen Dance-Charts, ihr seht euch alle, ne? Das, was jetzt kommt, ist Weltklasse. Achten Sie auf die Tänzerin, achten Sie auf die Tänzer und achten Sie auf ihn. Premiere im Fernsehgarten, der Titel heißt Je M'adore, was so viel heißt wie Oh, finde ich mich gut. Hier ist sehr hart. 5,8 und achten Sie auf die Tänzerin, achten Sie auf die Tänzerin, achten Sie auf die Tänzerin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017